Hallo Visti, warum lässt du denn deinen Kopf so hängen? Ich habe die beste Software und es will mir keine Visualisierung gelingen. Daran liegt es sicher nicht. Lass mich dir helfen. Die fünf goldenen Regeln für gelungene Visualisierungen. Das ist eine Villa, die in Berlin entstehen soll. Mit diesem Beispiel erstellen wir nun eine fotorealistische Visualisierung. Dazu importieren wir zunächst das modellierte 3D-Modell aus dem CAD-Programm in unsere Visualisierungssoftware und starten das erste Rendering. Betrachten wir an diesem Rendering die Regeln für eine gute Visualisierung mal genauer. Am Anfang steht die Regel der Bildkomposition, die auch unter dem Namen Regel vom harmonischen Bildaufbau bekannt ist. Sie ist eine einfache Umsetzung unserer Sehgewohnheiten. Wenn wir zum Beispiel mit anderen Menschen kommunizieren, sehen wir diesen immer in die Augen. Da sich die Augen selten in der Mitte des Gesichtes befinden, sind wir es gewohnt, die wesentliche Information etwas rechts oder links oder etwas oberhalb des Mittelpunktes vorzufinden. Diese Punkte nennen wir Drittelspunkte. Für unsere Visualisierung bedeutet diese Regel, dass wir die wichtigste Ansichtskante der Villa auf eine Drittelslinie legen. So einfach gelingen angenehme Bildproportionen. Als nächstes die Regel der richtigen Augenhöhe. Zur Zeit schwebt der Betrachter noch in der Luft, was nicht gerade den natürlichen Sehgewohnheiten eines Menschen entspricht und so für Verwirrung und Unbehagen beim Betrachter sorgt. Wir müssen also unserem Beobachter mehr Bodenhaftung verschaffen. Siehst du, wie sich die Visualisierung zum Positiven verändert? Nun haben wir neben der Bildkomposition im Drittelspunkt auch die richtige Höhe der Kamera eingestellt. Was noch stört, sind die stürzenden Linien. Was sind denn stürzende Linien? Mit stürzenden Linien sind alle Kanten und Ecken gemeint, die normalerweise senkrecht zum Boden verlaufen, jedoch in einem Bild wie unserem dies optisch nicht tun. Siehst du, wie sie aufeinander zulaufen? Stimmt, die Linien treffen sich, wenn man sie verlängert. Um diesen Effekt zu verhindern, gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen kannst du statt unserer normalen Kamera eine Shift-Kamera benutzen. Falls du keine Shift-Kamera hast, dann reicht es auch, die Kamera so lange nach unten zu kippen, bis die Linien parallel zum Rand der Visualisierung sind. So, die Grundlagen haben wir mit dem Bildaufbau gelegt. Jetzt wird es Zeit, die Visualisierung mit Licht und Leben zu füllen. Eine Frage, Bisti, von wo kommt eigentlich die Sonne? Kann ich leider nicht erkennen. Wir müssen uns zunächst entscheiden, welche Fassaden mit Sonne und welche Fassaden mit Schatten modelliert werden. Natürlich ist die dem Betrachter zugewandte Fassade die wichtigste. Wir stellen die Tageszeit in unserem Visualisierungsprogramm so ein, dass die uns so wichtige Hauptfassade gut belichtet wird, ohne die Nebenfassade zu stark zu verschatten. Da du nicht willst, dass deine Visualisierung wie in einer Geisterstadt im Wilden Westen aussieht, sorgen wir jetzt für etwas Leben. Für diesen Schritt musst du zunächst wissen, dass es einen Hintergrund, einen Mittelgrund und einen Vordergrund gibt. Unsere Wahrnehmung ist vielschichtig. Fügen wir also zunächst in den Hintergrund einige Bäume, in die unsere Villa optisch eingebettet wird. Ein PKW verstärkt den Mittelgrund und dient dem Kontrast zur Villa. Die Äste im Vordergrund runden den Gesamteindruck einer bildlichen Tiefe ab. Abschließend vervollständigen wir die Szene mit einem Bildbearbeitungsprogramm und fügen Menschen, die wir aus Fotos ausgeschnitten haben, in die Visualisierung ein. Jetzt wirkt alles schon viel lebendiger. Siehst du, Visti? So leicht ist Visualisieren. Danke, Professor Dr. Sonnenschein. Euch, liebe Zuschauer, wünsche ich viel Freude bei der Umsetzung des Erlernten und freue mich auf weitere gemeinsame Lehrgänge. Euer Visti. Vielen Dank. Vielen Dank.